Mose Nation, I wanted to give you an inside look at one of our Guys, das ist einer meiner YouTube-Connect, den ich verfolge seit ein paar Tagen. You got a new haircut! You look like a human being! Ich zeige euch mal, wie der sonst immer ausgeschaut hat. Ja, das ist ein super Trillionär, Millionär, Billionär. Ja, also quasi immer komplett ungepflegter Bart. Hier irgendwie die Haare hinten sozusagen wie so ein Hippie. Ja, hat irgendwie 30.000 Millionen oder irgendwas. Eine Trillion Euro auf dem Konto, aber sieht halt einfach aus wie, ich weiß nicht was, möchte nichts sagen, aber jetzt hat er wenigstens schon mal hier die richtige Richtung angesteuert. Ja, also hier mit, sieht er wenigstens aus wie ein human being. Also wie ein normaler Mensch. Also da höre ich mir gar nicht mehr viel dazu.